Gute Nachrichten für alle Mac-User. Du kannst deinen Bildschirm kostenlos abfilmen und zwar mit der bereits vorinstallierten Wiedergabe- und Aufnahmesoftware QuickTime Player. Bildschirmaufnahme beim Mac kannst du mit dem QuickTime Player machen. Ich öffne das mal. So, ich gehe jetzt hier oben auf Ablage, neue Bildschirmaufnahme. So, hier kannst du jetzt an diesem kleinen Pfeil einstellen, was du haben willst. Ich habe jetzt eingestellt ohne Mikrofon, weil ich jetzt hier diese Aufnahme sowieso mit meinem Externen mache, aber der bietet dir natürlich dann auch alles Mögliche an, was du eben, ja, nehmen könntest. So, wenn ich jetzt hier auf den Aufnahmeknopf gehe, dann sagt er mir, dass er, dass ich durch einen Mausklick einfach die Bildschirmaufnahme starte. Das mache ich jetzt einfach mal. Gehe mal hier auf PowerPoint, nur einfach um irgendwas zu demonstrieren. Ich kann sagen, auswählen, was weiß ich, ja. Dies ist ein Titel. Klick das mal wieder runter. So, ich hätte jetzt beispielsweise meine Bildschirmaufnahme beendet. Was du nicht machen kannst, es ist hinterher im, du kannst nicht, du kannst nicht einfach Pause drücken oder so, aber du kannst natürlich hinterher das Programm weiter bearbeiten. Das kannst du auf jeden Fall machen. Das heißt, ich stoppe jetzt hier die Aufnahme, indem ich hier oben auf dieses kleine Stoppzeichen gehe. So, jetzt die Aufnahme gestoppt. Ich kann jetzt sagen, sichern. Und jetzt bietet er mir hier den Titel an. Ich sage jetzt einfach Test 1 und sage, er soll es auf meinem Schreibtisch ablagern. Alles klar, sichern. Okay, und jetzt hat er das exportiert dann. Das ist, ich kann jetzt, ich habe jetzt eine ganz normale, hier ist Test 1, ich habe jetzt eine ganz normale MP3-Datei, die ich dann, äh, MP4-Datei, die ich dann hinterher weiterverarbeiten kann. Also wie jede andere Filmaufnahme auch, siehst du, was wir eben gerade gemacht haben, kommt jetzt einfach nochmal. Das war es im Prinzip schon. Du kannst davon natürlich auch mehrere hintereinander kleben. Das heißt, du bist in der Lage, ähm, zwar keine Pausen zu machen, aber du kannst einfach mehrere Aufnahmen hintereinander machen, kannst die ganz normal beschneiden. Das war es. Probier einfach mit diesem Programm ein bisschen rum. Und, ähm, es bietet dir gute Grundlagenmöglichkeiten für 0 Euro.